Da kommt doch die scheiß Ratte angelaufen, die in die Erde rein spawnt. Verfiss mich. Na, kommt er. Kollegen, aufs Maul, aufs Maul, aufs Maul, aufs Maul, aufs Maul. So, ich leuchte nun mal hier aus. Für die Nacht. Hoppala, hoppala. Nee, du kommst mal schön hier rum. Guten Tag. Mein Eisenshirt ist auch hier. Komm, spreng ihn mal bitte in die Luft. Oder auch nicht. Guck mal, das kann ich auch. Epileptica-Party hier, oder? Das ist kaputt. Meine Fresse, und hier ist nichts! Wozu? Hier ist nichts! Wozu bin ich hier reingegangen? Wozu hab ich das letztendlich auf mich genommen? Hier ist nichts! Rein theoretisch könnte ich ja natürlich auch mich hier einmal runterbuddeln, aber, ähm, ich weiß nicht, ob das was bringen würde. Ach, ach ja, ich hab ja gar keine Schaufel. Moment. Krebs, Krabbe. Ich kann auch gleich mal das Eisen hier nehmen. Für den Fall ist es nicht mehr was Neues. Craften muss, und natürlich die Kuhle, für neue Fackeln und so. Die Musik passt wirklich gut, gerade zu dieser Expedition. So, jetzt geh ich hier nochmal kurz raus. Gehe nochmal zur Folkquench und mach mir nochmal eine Schaufel aus... Ja, war gut, dass ich hier so vorsorglich war und das alles mitgenommen habe, weil dann kann ich hier nicht das Eisen erschmerzen, kann mir keine Kohle machen. Das muss, 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 muss die Kohle nehmen. Da ist sie. So, dann kann das hier irgendwo mal durchfließen. Und während das hier durchfließt, beziehungsweise... Es ist irgendwie schon zur Tradition geworden, dass ich während deiner Aufnahme jetzt wieder aufs Club muss. Es ist leider ein bisschen nervig, aber es geht leider nicht anders. Ich bin sofort wieder da, bis gleich. So, da bin ich auch wieder. Und wie weit ist der Ofen? Vier Eisenwaren. Ja, daraus kann ich schon... Daraus kann ich auf jeden Fall schon eine Schaufel machen, sogar zwei Schaufeln. Das werde ich auch so machen. Zack, und die Stöcker. Eins, zwei. Eins, zwei. Ähm... Zack. Zack. Das Eisen tue ich mal hier wieder... äh, Quatsch. Da. In die Kiste mit rein. Alter, dieses Kanickel. Ich schlachte dich irgendwann. So. Ja, er sauft doch. So. Ja, er sauft doch. So, und dann... Und... Wieso habe ich jetzt eigentlich noch einen Ofen in der Hand? Achso, den brauche ich auch für unten. Für den Fall der Fälle. Mein Eisenschwert wird's auch gleich dahin raffen. Aber immerhin haben wir hier jetzt ausgeleuchtet. Okay, das ist also eigentlich ohne Bedenken runter. Und unser Glück mal versuchen... Boah, ist die Musik jetzt gerade laut. Vor allem muss ich mal... Ich... Moment. Ich hole mal eine andere... Playlist. Ist das jetzt in der Musik oder es steht hinter mir was? Ähm... Was nehme ich denn mal für eine Playlist jetzt? Ich weiß es nicht. Ben Prunty Music? Ähm... Faster Than Light Soundtrack. Okay. Ja, den können wir dann mal machen. Eigentlich. So. Zack. Und hoppala. So tief soll es eigentlich noch nicht gehen. Aber zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Ich könnte natürlich auch einfach ein bisschen weiter reisen. Und wisst ihr was? Ich... Ich... Ich buddel mich jetzt nicht runter. Das ist ein bisschen extrem lame. Ich buddel mich hier nicht runter. Ich fahre einfach noch mal ein bisschen weiter. Bzw. Ja doch, ich fahre noch mal ein bisschen weiter auf der See. Das kann ich eigentlich hier lassen. Ich hab ja vor beidem noch was dabei. Dann sind hier die Sachen wenigstens gespeichert. Truhe ist markiert. Dann mach ich mir jetzt eben noch mal schnell ein Boot. So. Und reise und fahre eben jetzt noch mal ein bisschen weiter. Was soll das denn? Na. Und fahr auch. Fahr, Bursche. Kann ich wenigstens heimlich noch mal was trinken? Aber psst! Das darf keiner wissen! Nein, 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 bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Aua. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich hier schon draufgehe? Also, auf die Inseln. Drauf gehen werde ich so oder so. Ich brauche natürlich keine Hoffnung zu machen, dass ich auch nur mal ansatzweise überlebe. Ich fahre einfach noch mal ein bisschen weiter, wobei die Insel sehr groß ist. Aber es ist Nacht, deswegen fahre ich noch mal ein bisschen weiter. Auf hoher See. Soweit ihn das Boot trägt. Pot, das Pot. Verona Pot. Soweit ihn Verona Pot trägt. Oh Gott, war der schlecht. Ich glaube, ich gucke zu viele schlechte Comedy-Serien. Lalalala, lalalala. So, die nächsten zehn Folgen nur auf hoher See. Im Endlos-Loop. Es wird schön. Ist aber auch mal schön so. Einfach mal auf hoher See rumtreiben. Hoppala. Mit nichts tun. Ich fahre mal noch da ein bisschen weiter. Oh, jetzt kommt schon wieder der Husten, verdammt. Wart ihr eigentlich schon mal so große Kreuzfahrten? Macht ihr eigentlich große Kreuzfahrten oder irgendwie so etwas? Oder generell so Reise auf Schiffen? Mögt ihr das? Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich tatsächlich noch nie... Doch, ich bin ja nur so auf kleinen Kutterschiffen mal gereist. Aber nicht so großartig weltbewegendes... Bleib stehen, bitte. Aber jetzt nicht so großartig weltbewegendes... Muss ich ganz leider ganz ehrlich sagen. Aber das würde ich schon mal gerne machen. Eigentlich. So, jetzt kommt der Zombie natürlich auf mich zu, ist klar. Ich warte einfach an. Alter, hier ist schon wieder so eine fette Party. Na, was machen Sachen? Na, komm doch her. Na, komm doch her. Ich spreche von dir aus dem hohen Boot. Weg. Jetzt werden es aber doch ein paar viele. Aua. Du Penner. Warte, die kommen auch hier direkt... Alter, 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 alter. Nö, geht mal weg. Nö. Nö, geht mal alle weg. Ich fahre jetzt so lange hier rumrum bis es Tag ist. Was? Wo? Hä? Wie? Was wird das denn? Was hat mich denn jetzt erwischt? Hier ist so gar nichts. Was hat mich denn jetzt hier erwischt? Ich finde es ja schon ganz niedlich, wie die jetzt hier angeschüßert kommen. So, und versuchen hier... Oh. Ähm. Ähm. Was? Was? Ach, die scheiß Fische. Da ist ein Kopfloser. Wer wird denn gleich den Kopf verlieren? Hahaha. Ach, du geh doch weg. Du geh weg. Lass mich doch mal... Ach, komm. Ich hab ein Steak verkla... Was wird das denn? Was wird das... Was wird das denn? Ähm. Ähm. Kennt ihr den Film Down of the Dead? Wenn sie die ganzen Zombies auf euch zukommen? Ich fühl mich grad so ein bisschen und, äh... Ich möchte gerne weg. Äh, was hängt denn auf dem Bildschirm? Ähm. Könnt ihr euch mal bitte verpissen? Alter. Die Armee der Untoten. Wann wird es denn bitte Tag? Da kommt der Nächste. Alter. Ist das euer Ernst? Nein, Egon. Hahaha. Du Creeper, du hast mir doch gefehlt. Du bist, wie hast mir nur gefehlt. Aber... Aber wenigstens können die hier jetzt nicht explodieren. Du! Kannst doch explodieren. Okay. Hey, da hinten ist ein Insel. Das führt mich einfach mal hin. Alter, die hängen mir immer noch am Arsch. Ähm. Gott, wieso Haustiere? Tote, verrottende Haustiere. Ich hoffe mal, dass hier auf der Insel noch nichts ist. Aber ich scheine tatsächlich Glück zu haben. Eine einsame Insel. Ich bleib hier auf der einsamen Insel. Wo sind sie denn hin? Wo sind sie denn hin? Hä? Da! Da kommen sie ja. So, ich leuchte hier mal aus. Da. Da.